Hallihallo und Willkommen zurück in 4.02. Das letzte Mal hatten wir ja hier bisher gebaut und ich musste leider feststellen, dass ich mich da um drei Blöcke verzählt habe, ich habe es mittlerweile korrigiert, vorher war es irgendwie hier, aber so war es richtig, ich muss ja hier in diesem Zaun übereinstimmen. Was wir jetzt noch machen werden, sind die Glasscheiben, sind weisse und braune, ich weiß, haben die zum Glück ziemlich viele, nein, sie reichen, ich glaube schon. Dann brüchten wir noch ein paar braune, ich glaube, was brauchen wir für Kakaobohnen. Okay. Fünf Stück kann knapp werden. Ich glaube, ich warte jetzt einfach auf Baumstämme, so viel ich das noch in Erinnerung habe. Ich misse das wie gar nicht. Äh, okay. Scheisse, irgendwie. Ähm. Wie war das nochmal mit den... Ähm. Also waren das Tropenbäume. Es ist viel zu lange her, dass ich das mit den Kakaobohnen gemacht habe. Ähm. Ah ja. Dann lassen wir die erstmal... ...dassen und dann... ...machen wir die braunen... ...ähm. Ähm. Ähm. Blassscheiben. Das machen wir mal weg. Knochenstaubharten hatten wir, glaube ich. Im Filet. äh das sollte genug äh eigentlich sollte man glaube ich hier haben wir ja es genug da machen wir lassen wir die zwei offen da die braunen naja braunen Glasscheiben so wie Nägel davor sind und kaputt sind ähm dann kommt hier ok hier können wir ganz nachhinten ziehen ok und hier noch ein Fenster hin und hier noch mal eins ach Mist ach doppelt Mist ach Mist noch mal ok und dann alles das ist dann halt ein bisschen los hier jetzt auch ich denke es ist meta 2 Okay. Oh. Okay. Dann machen wir das hier. Dann brauchen wir noch Säune. Dann noch glatte Stufen. Okay. Okay. Jetzt habe ich die Steinziegel vergessen. Okay. Okay. Jetzt sind diesmal drei Abständen. Momentan eins, zwei. Jetzt habe ich die Erde vergessen. Ach. Das ist ein Block. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe das hier falsch gebaut. Das lasse ich erst mal so. Also das Ganze noch mal von vorne. 1, 2, 3. Darum stammen. 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 Jetzt stimmt das hier eh nicht mehr. 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Oh, das stimmt. das Video. Das Video. Das Video. Das Video. Das Video. Das Video. Okay, wir brauchen eine neue Schaufel. Die Spitzhacke hätten wir hier da. Das Video. 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 Und hier ... Moment mal. Schnell ein Foto schauen. Das sind 2 und dann 1. 1, 2. OK. Das ist falsch gebaut. dann ist hier eine und dann ja hab ich das so weit nach hinten gebaut hm ok das ok es geht auf ok das ist noch besser ok 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 Ja, ich denke. Ich denke. Hier sollte, glaube ich, nichts darunter sein. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr darunter. Okay. Das ist ein wenig blöde. Okay. Okay, dann lassen wir das. Ich habe hier Lampen darunter gemacht und dann Falltüren. Aber da da rund durch noch die Farm ist, ist ein wenig blöde. Da wir ziemlich viele dichten Holz haben, verarbeiten wir das alles zum Ruhen. Wahrscheinlich sieht dann wieder zu viel aus. Aber lieber zu viel aus, so wenige. Okay. Aber egal, Truen kann man dann noch gut gebrauchen. So, am besten noch die Richtung. Hier? Oh. Gut. Okay. Let's go. Okay. So, wir kommen zwei. Okay. Wollte ich ihn auch noch holen. Ungefähr in der Mitte. Okay, hier gibt es gar keine Mitte, oder? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 Okay, nein, ich gebe gar keine Mitte. Ah, und es ist schon wieder dunkel. So, das ist mal für diese Folge. Da die Zeit schon wieder um ist. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal.